jo hallo zusammen willkommen zurück zu minecraft rice dachte jetzt auch was kommt jetzt oder ganz langsam wackeln so wir hatten ja den live stream gehabt und mit carscrafter und matt fummels der ein bisschen den reaktor gebaut hat ein bisschen ganz wenig ein bisschen genau muss ich unbedingt lernen und zwar kommen wir insgesamt zehn turbinen in den raum hier und das macht irgendwie 240.000 rf pro tick und so sieht zum beispiel eine turbine aus die hat jetzt noch mal versetzt noch mal vielen dank dafür und ich würde sagen wir machen jetzt mal eine andere damit er mal sieht wie so eine turbine aufgebaut wird eine zweite also ja genau geilo geilo da haben wir hier auch so ein terminal warum hängt er nicht da unten damit da jeder dran kommt auch die kleinen leute ah dankeschön bitteschön so klein bist du ja nicht oder er doch nur 1 60 da bist du bist 1 75 ne 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 doch 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 1 83 nein bisher gewachsen krass na los was hast du immer das in system genommen ich habe turbine housing turbine rotor schaffen turbine rotor blade controller hast noch nicht nee ok warte ich mach mal ein paar tourbein housings leider nee die habe ich die habe ich ich brauche noch was für für die anderen was was oh nein grafit bars na warte ich immer ganz kurz zum ich glaube lager heißt es packt da in den ofen ein bisschen kohle grafit bars dann gibt es grafit bars so dann haben wir zumindest gleich schon mal wieder ein paar am start weil das ist wirklich sind wirklich unmengen an kram den man da braucht ich meine ist klar für so eine anlage ne so dann baue ich mal einen reaktor und du hast die casings der muss unten in der mitte hast du den mitgenommen da bin ich glaube nicht wo ist denn jetzt mein controller hier warte mal ein controller ready dann brauchen wir ein turbinen power port power port und den rest hast du glaube ich hast du tourbinen glas nee auch nicht okay da ist aber doch da ist aber ärgerlich da mache ich mal ein bisschen was hier so macht dann ein bisschen tourbinen glas ich hoffe wir haben ich hab ja mal viel zu wenig turbo ein haus links da muss auch noch welche mitbringen echt ja da wird dir gerade ein bisschen grafit bars gebaut warte mal warte mal warte mal was schon was schon ich glaube einen drüber muss dann ja genau perfekt an dann nehmen wir der copy pasta konnten zauberstab der copy pasta gott ja pasta ich habe in den letzten tagen relativ wenig gegessen dann irgendwie doof zu essen dann hatte ich keine lust mehr muss muss da wieder regelmäßig essen so aber es gibt immer so viel zu tun noch in der bude deswegen macht man halt immer relativ viel grafit bars sind wieder alle krass mordhörbein glas 48 okay wir können glaube ich gleich noch ein bisschen glas machen ich weiß nicht ob das ob das reicht jetzt hausings habe ich auch noch ein paar okay ich weiß nicht wie viele du da brauchst ja hier fehlt noch die komplette seite wir müssen auf jeden fall einmal in den reaktor gucken weil ich habe ehrlich gesagt also ganz ehrlich jetzt ich habe noch nie sowas gebaut und deswegen ist es halt mal gleich klein anfangen sondern direkt zehn torbien dahin stecken zehn stück ja gut der der mats der hat sich quasi an den reaktor eine mitte orientiert quasi wie viel wasser der macht und daran nach denen den den die reaktoren ja gebaut oh nein oh dass er einfach das sachen krasse sachen machen so aber der 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 controller steht aber so hoch kann irgendwie sieht das immer komisch aus aber da ist ja dann die brücke hier auf der höhe ja genau right man ja warte mal wo das ist ja ich gucke gerade schon in meinem raum rum dabei muss ich nur im spiel nach links gucken wieder auf den zettel gucken wo wir jetzt sagen stehen so okay da dann 123 und passt aber ich will etwas haben sehe ich gerade wirklich ja und zwar eine ab eine kleine abteilung das war spontan das war spontan demitor das war lustig der typ okay so sieht sie oben aus ja hier auf der höhe damit man da noch mal sondern steg macht mit housings ja doch mit housings ja ja die zeit man also nur das eigentlich ne ja und dann genau die housings da rein genau so ich weiß doch wie du es magst peter ja aus oh nein ich habe den port reingesteckt passt jetzt ein bisschen im kontext aber nur ein bisschen so wohl wieder fehlt sich dann können wir hier ein bisschen glas aber jetzt allerdings nicht mehr so viel kann sein dass man ein bisschen was brennen müssen aber wir können ja auch gleich mal die ports daran machen glas kein glas mit mir doch ich glaube da fehlt das quats glas ja hatte ich pack mal jemand im ofen und zwar lager habe ich glaube ich habe schon 2000 nether quats in den ofen gepackt für das für das eine ding das ungefähr so und wir haben ja noch ein paar ne dann weiß ich ja wo ich klauen ausleihen gehen muss ja genau tauschen wie alle die aufgeregt haben findet auch total uncool dass du denen die sachen geklaut ist ja das ist nicht unkul von dem schon krass du wichser gibt die sachen ab weil es eigentlich krasse ist april scherz video am kraft attack das ist der hammer wo wurde alles in luftjagd war ding ja da hast du auch noch mitgemacht aber das schreiben ja immer noch leute drunter du wichser du arsch und ich habe jetzt ohne witz ich habe im videotitel geschrieben april scherz ich habe in der anleitung geschrieben april scherz ist nur ein backup dem server ist nix passiert und ich habe quasi noch mal als kommentar geschrieben und im video als anmelde als einblendung und trotzdem immer so boah du wichser wie das abgeht wenn wenn nächster april ist 2016 ja ich habe schon überlegt euch da nicht was anderes machen das sind immer so langzeit negativ likes langzeit negativ likes langzeit negativ likes nega der hat nega gesagt krass hat er nicht gemacht hat er auch so behindert ne wenn man nicht genau hat er nicht gemacht dafür gebe ich jetzt erstmal dislike so richtig behindert haben wir keine blades oder hast du die ich habe blades hast du auch enderium ne ich habe nur turban blade und die mitte was ist die mitte schäft die habe ich auch okay ich auch okay dann bauen wir den chef von oben nach unten okay man da kann man nicht rein hast du gebaut lol lol rufe update also schafft muss er in der mitte von ganz unten hier fehlt das das lager fehlt hier noch warte was das lager mit nee nee da habe ich eine idee pass auf du portest dich jetzt dahin ne klar ja der wieder dazu ja wohl ich vorgesse ihn trotzdem immer biering damals und was brauchen wir denn noch die ports ne und enderium ok das habe ich geile 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 so dann haben wir die ports wie weit geht denn dieser schaft hoch bis oben zum rand habe ich gerade schon geguckt ok und jetzt so eine ganz komische version von denen muss man die so anordnen ok die gehen bis hier hin und 1 2 3 4 5 macht der denn da wer ich gucke ich gucke ich gucke da rein du kannst du darfst achte auf deine figur genau deckel drauf oh das ist schon zusammen lol 2 3 4 5 gibt wohl noch andere lagermäßigen sachen hier und und die sind wohl pro da brauchen wir pro blocken neathers da ja die sind ja richtig krass aber die machst du dann auch noch oder vielleicht ne weiß noch nicht ich meine man man baut den ja oder man optimiert den jetzt auf diese dinger hier wie weit müssen die turban blade ziehen ja so genau ja geil jetzt sind wir in der turbine drin und ich glaube wir gleich wieder heiß gleich wird heiß so kommen wir raus dann kriegst du wieder schaden und dann au 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 hast du gegessen peter nein nicht so warte mal ich mach mal eben so so eigentlich sind die doch schon aber warum ist das ding hier so anders fahrweg als das ding hier ja warte du musst es hier anmachen wow activate turbine sehr gut holy shit so dann haben wir im grunde ne turbine gebaut davon kommen natürlich jetzt noch 8 weitere das ist aber viel irgendwie ne wird noch ein bisschen was ja ja auch das drumherum das wird relativ viel aber von nix kommt nix bleibt weiter dran ich zeige euch dann immer die nächsten schritte wahrscheinlich wird hier von der menge nach ihrem stream gebaut oder ich frage den mats fummels ob der ein bisschen nebenbei noch baut so dann wäre auf jeden fall eine große hilfe eigentlich aber ist glaube ich jetzt erstmal unterwegs gut äh dann nochmal was anderes ja gerne glaube ich hört mal gerade einen obwohl wir könnten eventuell nochmal die items in den in die maschine packen warte wie viel stil haben wir denn noch gucke 850 11 850 bück dich au das ist wohl gut das ding äh lassen wir jetzt ganz kurz noch einen ofen bauen wo die ähm enderium barren automatisiert sind also einen aloys melder wenn ich den noch nicht wenn ich den noch hab dann vielleicht mit drei kisten ne vier kisten und äh die kabel dabei noise melder hab ich ah sehr gut warte mach ich chests obwohl eigentlich müsste ich mal hab ich ich glaube ich mach einfach mal ne diamond chest diamond bist du wahnsinnig ja das wär mal geil ey warte mal erstmal ne iron chest aber wo kommt das denn hin hör mal digga schließ irgendwo an wo wo kabel sind halt der rest ist eigentlich sowas von lade dann klopp ich mal die betten hier weg brauchen wir nicht mehr ok ok wenn du das sagst ne ist eigentlich egal wir können halt auch hier dran machen so an dem kabel oder da hinten dran oder ist egal da ja aber der nieder doch noch voll viel voll viel space man stimmt ja dann bau einfach alles weg da digga warte mal da ist jetzt der aloys melder dann so und so so dann würde ich sagen wir machen da mal item konduit ist hier schon ne da ist schon dran oder was ja natürlich ja geil dann konfigurier das ding mal bitte ok dann würde ich fast schon sagen wir machen pyro theum dust gut haben wir 664 reicht nicht also wir machen davon jetzt ganz viel wir brauchen noch tesseracts und enderium dann braucht man eh ohne ende enderium dodo 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 ok schon mal gut cool das boit jetzt ne dödo 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 dördo dördo dödo 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 fordö dödo 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 da hat er kommt das eine oben rein wow wow unendepäern werden eigentlich mal ganz geil das ist aber eine menge von ne da wird sich fast sogar schon ein ähm exportbus lohnen ne schon Zumindest für die Enderperlen. Der Rest ist eigentlich relativ Latte. Weil Enderperlen kommen halt immer nach. Soll da jetzt in jede Kiste was anderes? Oder in jeder Kiste praktisch ein Rezept? Nee, nee, der Kiste im Grunde was anderes. Okay. So gesehen. Und ich hab nur Dense-Kabel noch und keine normalen, ey. Krass, Alter. Au. Und ein Speed-Upgrade. Acceleration-Cards. So, eins und zack. Äh, zack. Acceleration-Card. Aber warte mal, da hast du die Enderperlen drin? Gut. Werden die jetzt schon da reingepackt? Ja, geilo. Was fehlt dann jetzt noch? Äh, Enderium. Enderium. Base, ne? Base. Ja, genau. Das haben wir zumindest da drin. So, jetzt kann es sein, dass das jetzt angeht. Und die Enderperlen reingeschifft werden. Wahrscheinlich fehlt dir wieder ein Channel oder so. Das kann natürlich sein, hör mal. Nö. Doch, hier. Device-Missing-Channel. Äh. Oh, wie kacke das hier aussieht, ne? Oh, nein. Oh, jetzt hat's. Er hat einen Channel. Hat Channel? Hat Channel. Hat der Channel? Okay. Arbeitet der? Weil das ist ja zumindest das ganze Enderium drin und das ganze Pyrotheum das und sollte zumindest laufen. Dann kann ich daran ja jetzt mein Test-Erekt anschließen. Was? Habe ich eigentlich mal noch Strom von dir aus dem Livestream? Glaube schon. Oh, oh. Aber gut, guckt bei Michael vorbei, guckt beim Livestream vorbei. Alles in der Videobeschreibung. Und ansonsten, aua, ich hab Hunger. Daumen nach oben, bis zum nächsten Part. Tschüss. 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 Tschüss.